Hallo liebe Reiterinnen und Reiter, hier ist Stefan Günther von Saddlebird. Heute möchte ich euch ein Däubersattel-Urgestein vorstellen. Urgestein im positiven Sinne allerdings der Trailrider. Der Trailrider ist ein Sattel, den die Firma Däuber ganz, ganz oft verkauft. Das ist ein ganz klassischer Freizeit- und Einsteigersattel. Die Vorteile dieses Sattels sind, er ist sehr kurz geschnitten. Das heißt, hier können wir tatsächlich auch einen etwas größeren Isländer besatteln. Natürlich einen Haflinger, Fjordpferde und so weiter. Der Sattel hat relativ viel Schwung im Baum. Und dieses Modell gibt es in fast unendlich vielen Varianten. Das heißt, in der Zusammensetzung zwischen dem Holzbaum, den es mit sehr vielen verschiedenen Bäumen gibt, und den Lederarten, den Sitzledervarianten, der Ponzierung und so weiter, kann man hier davon ausgehen, dass man sich, wenn man das möchte, für wenig Geld, und wir reden hier von unter 2000 Euro, einen sehr schönen individuellen Sattel zusammenstellen kann. Die Bäume sind sehr unterschiedlich geschnitten, sodass wir tatsächlich hier auch einen sehr kräftigen, dicken Haflinger mit besatteln können, oder aber auch ein filigraneres Pferd. Man kann da auch Sonderrassen wie ein Paso zum Beispiel mit besatteln. Ja, also wirklich ein super Sattel. Und eben das sehr Charmante an dem Sattel ist natürlich der Preis. Ja, denn normalerweise ein Western-Sattel, zweieinhalb, dreitausend Euro. Es ist ein Freizeitsattel, fürs Turnierreiten weniger geeignet, aber ansonsten wunderschön. Schaut ihn euch noch in Ruhe an. Ich sag schon mal liebe Grüße und bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020